Was ist die Herzlichkeit, super korrekte Behandlung, viel Hygiene und ich wurde immer vorab informiert, was jetzt passiert. Das war sehr wichtig für mich. Wie kann man hier Angst haben? Ich weiß, dass man hier auch unter Narkose behandelt werden kann und wenn jemand ganz viel Panik hat, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Die in Deutschland kommt, geboten wird. Und ansonsten, auch wenn man Angst hat, braucht man keine Narkose. Man kann einfach dem Arzt vertrauen. Er sagt ja immer, was er tut. Und das ist das große Plus. Bleiben Sie bitte so, wie Sie sind. Verteilen Sie immer viel Lächeln. Das ist ein sehr gutes und großes Werkzeug, auch für Angstpatienten wahrscheinlich. Ja, ich fühle mich einfach besser. Ich habe eine Bindung zu Dental Prime. Aufgebaut.